Wie Sie hier auf dem Bild sehen können, bin ich beruflich im Antriebssektor tätig. Überträgt auf Politik kann man ruhig sagen, dass auch die SVP ein Antrieb für unser Land ist. Wir sind speziell tätig im Bereich Sicherheit, wo ja die Kernaufgabe des Bundes ist. Und da haben wir in den letzten Jahren einen Haufen erreicht in der Enke an drei Bereiche. Erstens die Asylinitiative, die zum Asylgesetzrevision geführt hat. Da haben wir den Missbrauch bekämpfen können. Und jetzt, mit unserer neuen Initiative gegen kriminelle Ausländer, wollen wir erreichen, dass solche, die unser System missbrauchen, unverzüglich ausgeschafft werden. Und das ist etwas, das normal ist, auch in anderen Ländern, und hat nichts zu tun, weil man im Gegenteil gegen Ausländer ist. Und im weiteren Bereich bezüglich Einbürgerungen sind wir ebenfalls im Ball. Und konnten wir mit einer Initiative erreichen, dass das Volk darüber abstimmen kann, dass weiterhin demokratisch bestimmt wird, wer in unserem Land das Bürgerrecht überkommt und wer nicht. und wir wollen die Welt nachdenken. Die Welt ist von den Schmden-Zicht in der Welt. Und es sind das Volk und das Volk darm,